Ach, mit Minus starte ich die Aufnahme. Ja, okay. Dann begrüße ich euch zu einem nachträglichen Weihnachtsvideo. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen gut. Ich konnte leider gestern nicht aufnehmen, bzw. davor habe ich es nicht gemacht und gestern war es schlecht, weil ich so eine blöde Blase unter der Zunge hatte. Die ist jetzt auch noch da, aber im Moment geht es einigermaßen. Deswegen dachte ich, ich nehme kurz ein nachträgliches Weihnachtsvideo auf und habe mir dafür Only Up ausgesucht. Ein Mario-Hack, der offensichtlich Only Up irgendwie simulieren soll. Tutorial, das klingt doch gut. Okay, links rechts, ja. Okay, schwarz tötet. Ah, und an die... Oh, okay. An den Dingen kann man sich unten... Ja, okay, das sind diese Blöcke. Mhm. Das sind... Oh, das sind Wallchamp-Blöcke. Okay, die gehen kaputt. Und mehr gibt's nicht. Ja, gut. Dann gucken wir doch mal, was passiert. Ja, ähm... Ach, jetzt sehen die so aus. Okay. Ja, gut. Wie habt ihr Weihnachten verbracht? Habt ihr viel gefeiert? Gut. Also, hier war's tatsächlich ein... Ja, ich sag mal, das schwächste Weihnachten bisher. Aber, wie gesagt, es ist einfach alles grad ein bisschen komisch gewesen. Okay, da kann ich mich nicht durch. Und deswegen... Ja. Ah, ich verstehe. Und deswegen... War jetzt nicht so viel Weihnachtsstimmung. Also ein bisschen war. Wie war's bei euch? Erzählt doch mal in den Kommentaren, falls ihr das wollt. Okay. Okay. Wir... Pfff. Ich werd natürlich... Oh mein Gott. Ich wollt grad sagen, ich werd natürlich Stück für Stück safe staten, wenn's jetzt zu... Ich stell mich aber auch an. Oh mein Gott, ich stell mich aber auch an. Wenn's jetzt zu schwierig wird. Aber ich sag mal so... So zehn Minuten geb ich mir mal, um ein bisschen in die Steuerung wieder reinzukommen. Okay. Das jetzt... Das wird ein wenig peinlich, glaub ich. Aber ich hab halt ewig nicht mehr gespielt. Ahaha. Okay. Das, was ich zuletzt gespielt habe, ist ja nun mal Wonders. Und da müssen wir auch noch weiter aufnehmen. Ich weiß das. Ich bin dran. Okay, wie komm ich da hoch? Achso. Hä, wohl, das ist dann der Teil da drüben. Na, dann lassen wir den Teil da drüben einfach mal der Teil da drüben sein. Und versuchen einfach weiter hoch zu kommen. Das halte ich für eine ganz gute Idee. Ich mein, solange wir nach oben kommen, ne? Wer bin ich, dass ich mich beschwere? So. Oh, Bruder. Ich muss auch sagen, mich würd's, ach, es ist schlimm, ich weiß, aber mich würd's unwahrscheinlich reizt, mal wieder Fortnite zu spielen. Es ist, es ist, es ist einfach so ein, es ist so ein Spiel, das wird mir nicht los. Es reizt einen einfach ununterbrochen. Tut mir ja leid. Wird nicht passieren, keine Sorge. Aber mich würd's einfach, ja, aber, na, ich, ich hab nicht die Zeit dafür. Es geht nicht. Ich bin ja schon froh, wenn ich meine normalen Projekte irgendwie dazukomme. Wie jetzt eben Wonders. Also Wonders will ich schon beenden. Und dann würde mich interessieren, gäbe es denn jemanden, es gibt jetzt nämlich TARDOS Principle 2. Also so ein Nachfolger von TARDOS Principle, was wir gespielt haben. Würde das jemand sehen wollen? Ist das, ist das was? Oh, Bruder. Och nö, och nö, och nö. Och nö. Ja. Würde das jemand sehen wollen? Ist das was, wo Leute sagen, ja, würde ich einschalten? Oh mein Gott, na, oh, was ist denn hier? Doll, okay. Kleines Deltal hier nur zum Retten, oder was? Oh mein Gott. Okay, ich spül mal kurz ein bisschen zurück. Moment. Was war nicht... Wo spülten wir nochmal zurück? Z, oder? Ja. Wir gehen mal wieder hier hin. Das waren jetzt mir ein bisschen zu viele Abstürze. Den akzeptiere ich. Warum? Aber wenn er nicht springt, das akzeptiere ich nicht. Das kennt ihr. Das ist dieses typische, er springt nicht, ne? So. Habe ich eigentlich die Zahl ge... Ich habe die Zahl geändert, okay. Ich hatte gerade Angst, dass ich euch frohe Weihnachten 2022 wünsche am Seitenrand oder so. Das wäre nicht so cool gewesen. Weil Tiere üben ist gar nichts. Ach, ich muss ja da rüber. Woosch. So. Ja, wie gesagt, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich alles Mögliche gerne wieder machen. Dann würde ich gerne Mario Hacks spielen. Das ist alles, alles nicht. Alles nicht. Geht halt nicht. Mein Gott, es ist halt so. So. Also denkt nicht, wenn nichts kommt, es liegt daran, dass ich keine Lust hätte oder so. Ich hätte durchaus... Oh mein Gott, ist das... Oh ist das frech. Oh ist das... Oh mein Gott, ist das frech. Wie mache ich das denn? Ja, also ich hätte durchaus Lust. So ist es nicht. Oh mein Gott, nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, das ist gut. Ich hätte durchaus Lust. So ist es nicht. Aber es ist... Äh... Warum... Warum ist es jetzt... Wieso ist es jetzt... An was ist der jetzt gefallen? Ich bin auch sonst auch über die gelben Dinger gesprungen. Was war das denn, Mario? Mach doch sowas nicht mit mir. So, was wollte ich sagen? Ähm... Ich habe das Gefühl, immer wenn ich aufnehme, jammer ich einfach nur rum, wie wenig Zeit ich habe. Nein, ich will mich eigentlich einfach nur erklären, warum halt nichts kommt. Dass ihr halt Bescheid wisst. So, aber das wisst ihr auch so. Eigentlich. So. Okay, also da oben. Ich mache jetzt mal hier ein State. Weil die Stelle muss ich mir jetzt mal genauer angucken. Was geht hier? Ach so. Oh, Bruder. Okay. Okay. Äh, was ist das denn jetzt? Kommt dann Yoshi raus? Oh lol. Okay. Interesting. Okay. Also solche Blöcke könnten auch sehr interessant noch werden. Und hopp. So, wie machen wir das jetzt? Ich nehme an, der muss... Ich weiß es nicht. Ja. Okay, sehr gut. Oh, jetzt kommen die Wollschamplöcke. Ich habe mich schon gefragt, wann sie zum Einsatz kommen. Da sind sie. Okay. Aber mittlerweile haben wir wieder einige Plattformen, auf die wir fallen können, wenn wir stürzen. Ich wollte es eigentlich jetzt nicht herausfordern mit meinen Wörtern. Aber ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Alles gut. Also schön, wie man es direkt, ne? Direkt herausfordert. Kaum, dass man es ausspricht. Das ist, äh... Nicht ganz, was ich wollte. Aber hey. Also ich finde, der Hack featuret das Konzept von Only Up schon gar nicht so schlecht. Ja? Also wer das nicht kennt, das ist halt ein Spiel, wo man auch die ganze Zeit nach oben steigt. Aber halt deutlich, deutlich anspruchsvoller als das hier. Da hat man auch so eine Slow-Mo, wenn man runterfällt. Dass man auch versuchen kann, sich irgendwie zu retten. Aber es ist einfach unfassbar schwierig. Okay, was ist jetzt los? Soll ich da einfach den hier machen? Patsache. Okay, okay. Okay. Ja, das hat, das hat, das hat er... Oh mein Gott. Nein. Ich versuche bei Yoshi zu lachen. Okay. Hätte schlimmer kommen können. Es hätte schlimmer kommen können. Wir sind, wir sind ganz gut gefallen. Okay. Oh. Ja, was wollte ich sagen genau? Also man muss halt da immer, immer weiter nach oben. Logischerweise. Und das ist halt auch entsprechend. Ja, ne? Sind halt mit so lauter Fallen und, und... Aber da gibt es auch noch so was zu sagen wie Trolle. Die gibt es jetzt ja zum Glück nicht. Nicht. Die Trolle. Wobei das ja so ein kleiner Troll eigentlich ist, ne? Man denkt, man muss an dem dritten Seil auch nochmal springen. Aber muss man gar nicht. Und dann würde man sich sonst wo hin jeepen. Bruder. So. Okay. Ne, warum? Jetzt bin ich oben und kann es nicht nutzen. Okay. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht genau weiß, wo der Block unten ist, wo ich mich jetzt runterstürzen kann. Ah, Sicherheits-Safe-State. Okay. Ich habe es gut interpretiert. Boah, Bruder. Jetzt schön ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Perfekt. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Wir landen erstmal hier. Ist in Ordnung. Wir haben den Block oben weggemacht. Wir haben den Block oben weggemacht. Das ist Fortschritt. Das ist okay. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Zack. So. Okay. Let's go. Also jetzt muss ich den nicht mehr mitnehmen. Denn der doofe Block ist ja weg. Sehr schön. Okay. Was sind das jetzt für Blöcke? Ah. Okay. Das kann ich nur einmal drücken. Dann sind die einfach aktiviert. Und dann bleiben die das auch. Okay. Okay. Und jetzt? Okay. Ja. Bis dahin komme ich nicht. Was soll ich jetzt mit dem Block hier anfangen? Hä? Oh doch. Ich glaube ich... Nein! Oh Gott. Gott sei Dank. Ich glaube ich weiß, was ich machen soll. Nein! Nein! So. Ja, jetzt sind nämlich die da drüben auch noch an. Richtig. Okay. Gut. Aber wir haben jetzt die gleiche... Wobei, doch da komme ich hoch. Ich glaube da komme ich hoch. Mit ein bisschen Anlauf. Ja. Und das sind freche Dinge hier. Teile. Oh nein, ich dachte ich komme... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mist. Rüber, rüber, rüber. Okay. Das ist... Das ist immer noch die gute Rettung hier ganz links. Rechts. Ganz rechts. Das ist immer noch die gute Rettung. Und wieder die Rettung nutzen. Also wir werden nicht mehr bis ganz nach unten fallen, das wird glaube ich nicht passieren. Bruder, dass der manchmal den nicht nimmt, ne? So. Okay. Und wir sind wieder oben. Gut. Zumindest noch ein bisschen. Und hops. Und hops. Hops. Niii, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wo ich hin... Okay. Ja, also links fallen ist noch nicht so ganz gute Idee, weil da habe ich noch so den perfekten Spot, wo ich wieder landen kann. Mit dem ich aktuell zufrieden bin. So. Das ist nicht... Das ist... Oh, okay. Dieses Nicht-Springen an der Ecke, na? Das ist so ein Ding. Da fühlt man sich einfach als Spieler so ein bisschen verarscht. Aber so ist es halt eingestellt. So, jetzt aber hier drauf. Bruder! Okay. Wir waren ein Stückchen weiter oben. Möchte ich betonen. Also es wird. Es wird. Hopp! Okay. Nein, nein, nein. Einfach oben drauf landen. Gut. Und wohin Nü? Also ich sehe jetzt... ...ganz viele Möglichkeiten tatsächlich. Okay. Ich glaube, die hier gefällt mir am besten. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, jetzt sind die halt weg. Das ist jetzt schlecht. Nein! Och! Man! Okay, aber von hier müsste ich doch auch darüber kommen, oder nicht? Oder reicht das nicht? Doch, von hier geht's genauso. Okay. Nein! Jetzt falle ich da wieder! Mh! 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 Jetzt wird es unangenehm. Jetzt spulen wir zurück. Jetzt wurde es unangenehm. Das wäre vielleicht doch danach mal mit ein bisschen Pech der Anfang gewesen. Ach, nee! Also wenn ich zu weit falle, dann spule ich schon zurück, ne? Ihr wollt ja auch nicht eine Stunde lang in dem Video sitzen. So. Ich geht so lang. Das scheint mir kürzer. Da komme ich genauso gut hoch. Okay, wir probieren wieder den Weg. Äh, warum hat er den nicht genommen? Ach, das ist doch dumm. Ich blicke diese gelben Knubbel noch nicht. Mal stehe ich drauf und mal nicht. Yes! Okay, okay, sehr gut. Wohin geht's jetzt? Okay, was sind das für Blöcke? Gehen die kaputt? Was muss ich tun? Das sind einfach nur Blöcke. Ah, das sind Eisblöcke! Na geil. Na geil. Na großartig. Gut, dass die im Tutorial vorgekommen sind, damit man auch verstandener hat, dass es die gibt. Hätte ich mir zwar wahrscheinlich von der Farbe her denken sollen, aber hey. Ich dachte, dafür macht man ein Tutorial, um alle Blockarten vorzustellen. Aber scheinbar nur die Blockarten, die nicht selbsterklärend sind. Okay. Hm, nee. So, also das hier rüber hat am besten funktioniert. Dann behalten wir das bei. Ja. Hat am besten auf jeden Fall funktioniert. Super. Super. Okay. Aber ja, ich merke, es funktioniert. Also sprechen klappt. Das war also... Das war mit diesen Bläschen einfach nicht. Das hat nicht funktioniert, ohne dass es wehgetan hat. Und dann habe ich es gelassen. Oh, Bruder. Ach man, jetzt geht es wieder da unten. Also wie oft wir die Stelle noch sehen werden, weiß ich nicht. So. Warum geht das denn nicht immer? Ja, jetzt zieht er weg, die Dinger. Toll. Da, das meine ich. Der rutscht manchmal ab von den Teilen. Das muss ja wie so ein Pixel-Perfect-Ding sein. Also nicht Pixel-Perfect, aber so ziemlich perfekt. Toll. Ach nee. Ich glaube, aufgrund dessen, dass die so janky sind. Diese gelben Knubbel. Erlaube ich mir dann mal, wenn ich die nochmal geschafft habe, in ein State zu setzen. Weil egal welchen Weg ich wähle, es gibt keinen Weg ohne die Knubbel. Ich bin immer von den Knubbeln abhängig. Das gefällt mir nicht. Ja. Nee. Nee, ich... Nee. Ich mach da oben jetzt ein State. Dann machen wir einmal nochmal den Weg mit den Knubbeln. Und dann ist gut. Wenn die halt nicht so dumm wären, wäre es ja okay. Aber die sind echt dumm. Oder ich check nicht, wie sie funktionieren sollen. Aber die fühlen sich nicht so... Die fühlen sich nicht so richtig an. Ja, man bleibt manchmal drauf stehen und manchmal nicht. Ja, das war jetzt scheiße. Das weiß ich auch. Das müssen irgendwie so ganz kleine... Stücke sein, wo man halt mal drauf steht und mal nicht. Wie so Wall Chumps. Also diese richtigen, echten, ne? Wo man Glück haben muss, den richtigen Frame zu erwischen. Mann, ich check's nicht. Was mach ich denn da als falsch? Ich kann nicht mehr drauf stehen. Der springt nicht mehr ab. Nee, der springt nicht mehr ab. Guck dir das an. Er springt nicht mehr ab. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, wenn... Okay. Ich hab was gelernt. Ich hab was gelernt. Ich hab was gelernt. Ich muss in die Richtung drücken. Dann bleibt er da drauf stehen. Okay, das macht... Das erklärt... Das macht die Dinger jetzt ganz anders. Gut. Dann mach ich doch kein State hier. Dann akzeptier ich das, wenn es runter geht, dass es runter geht und weiß jetzt, wie die Dinger funktionieren. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch absolut okay. Ähm. Gehen die kaputt, weil die so komisch bröckelig aussehen? Nein, okay. Schlüssel. Hä? Okay. Aber jetzt einfach hier bekommen den Schlüssel. Ist in Ordnung. Wohin jetzt? Darüber. Und wohin dann? Oh Gott, jetzt machen wir wieder so einen Quatsch. Und dann machen wir mehr mit diesen Knubbeln. Aber jetzt hab ich verstanden... Zum Glück weiß ich jetzt, wie sie funktionieren. Ich muss in die Richtung weiter drücken, dass er so dran bleibt. Aber das wusste ich halt nicht. Also wenn ich... Wenn ich vorhin nicht kapiert hätte, wie die funktionieren, wäre ich jetzt wahrscheinlich an der Stelle verzweifelt. Aber so richtig. Okay, da tauchen die Dinger gleich wieder auf. Ähm. Wofür hab ich den Block jetzt mitgenommen? Brauch ich wahrscheinlich da oben irgendwo. Wofür brauche ich den Block? G. GG. Good game. Sind wir am Ende? Weil ich glaube, beim Original steht auch Good game am Ende, oder? Kann das sein? Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. M-m. Geise. Ich glaub, wir haben ganz kurz das Ende geschnuppert. Aber wofür der Block? Wofür der Block? Das hab ich nicht verstanden. Nein, nicht schon wieder. Nicht. Nicht. Nicht gut. Okay, gut. Okay, das reicht nicht. Wofür musste ich jetzt das mit dem Schlüssel da machen? Also das... Ich hab den Schlüssel ja direkt davor bekommen. Welchen Zweck hatte das? Bewirrungstaktik oder so. Hopp. Und hopp. Warum ist er jetzt gerutscht? Oh, der ist einfach weggerutscht. Das war doch gar kein Eisblock. Nee. Oh, der ist jetzt bei diesem Geh runtergefallen. Bin so dumm. Oh, wo bin ich gerade gerutscht? Da irgendwie, ne? Jetzt nicht mehr. Oh. Ja, also ich weiß nicht, wofür ich den Block hier brauchen. Toll. Aber auf jeden Fall keine Zeit, den mitzunehmen. Aber hier, das hier, wenn wir auch so stellen, wo man den eigentlich benutzen würde, ne? Ach, keine Ahnung. Bruder, was tue ich? Was, was war das jetzt wieder für ne Idee? Was war das jetzt wieder für ne Idee von mir? Warum hab ich den Drehsprung gemacht? Weiß es nicht. So. Aber wir nähern uns der Sache wieder. Okay. Gehen wir lieber so rum hoch. Es hat sich irgendwie sinnvoller angefühlt, hier hoch zu gehen. So, jetzt muss ich nur den Sprung da rüber hinkriegen, dann, ne? Dass ich den... Ach. Bleib doch einfach mal oben drauf jetzt. Dass ich den Sprung so verhauen hab, weiß ich nicht. Mann. Ich will ein bisschen Anlauf dann machen auf der... Auf der Platte. Oh Gott. Ich... Ich schaff's nicht, oben drauf stehen zu bleiben. Ich lauf vor Aufregung wieder runter. So, jetzt. Zack. Rüber. In die Röhre. We did it. Oh mein Gott. Mit ein bisschen Statys. Ähm. Hätte ich den einsammeln müssen? Ja, aber die Quäldes laufen noch weiter, wenn ich den nicht einsammle. Moment mal. Oder bin ich jetzt in einem Loop gefangen? Bin ich jetzt in einem Loop gefangen? Will ich den nicht einsammeln? Also kann man schön fliegen üben. Das Timing, um immer wieder weiter hoch zu kommen. Äh, hat gut funktioniert. Jetzt kommt gar keine Schrift mehr. Wozu hat der noch mal so viel Schrift eingebaut, wenn dann am Ende gar nichts mehr kommt? Cool. Okay, mein Soft lockt sich. Perfekt. Na dann, Soft locken wir uns nicht mehr. Okay, halbe Stunde. Okay, halbe Stunde. Ja, ich denke, das ist okay. Mit ein bisschen States. Bisschen zurückspulen. Aber alles in allem kann man das am Stück schaffen. Schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Könnt wie gesagt gerne erzählen, falls es uns was zu erzählen gibt. Und dann, ähm, bis zu irgendeinem nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.